Ich brauche mal aus. Boah, bist du dick. Die andere hat nämlich so eine schöne Farbe. So, und hier bleibt alle da drin. So hübsch seid ihr. Aber von der Spinner, das Netz hier. Boah, der hat aber ein dickes Netz. Ja, wir wollen dich sehen, du Hübsche. Zeig dich mal. Ich habe es gewusst, die geht immer hinter den Stein. Das ist das Mädchen. Das ist ganz nah am Eingang jetzt hier. Das ist der ganz hübsche. Ja, guck mal. Seht ihr denn da rein? Ja, das war ja alles gut. So, kann man sie gar nicht sehen. Das war ja hübsch. Schöne, wie machst du das Schatz? Boah. Die gehört mir, die flitzen. Drei, drei, vier. Ja, komm wieder vor. Genau. Jawohl. Jetzt haben wir euch alle beide. Na, das reicht. Ich lasse euch. Ihr fein. Zeig mir, wie du dich bewegst. Ja, toll. Wir sind eigentlich ganz zutraulich geworden. Lassen Sie sich auch von mir anfassen. Beide. Okay. Na ja. Ihr zwei Hübschen, gell? Lass ich euch jetzt mal. Hm? Okay. You're fine. You're fine. Hm. Guck mal, wie sie schaut. Ihr fein. Ja. Und die Spinne sitzt ganz brav, gell? Gut.